moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 2 wir wollen hier schauen dass wir irgendwo noch ein paar skill punkte bekommen und wir hatten ja da hinten irgendwo so ein jäger gehabt der wollte brot milch schinken haben nicht bei den löckern weiter hinten ob da direkt hinter dem unter dem ding dahinter war ein weg zu einem jäger da sind noch ein paar feldräuber bei jama hier einmal würde ich sagen locken wir einen an wo kommen die näher sind auf jeden fall und hat 60 punkte beide zusammen einer reicht einer wird schon reichen gut dann nehmen wir den so macht den fertig okay das war noch ein bisschen schwieriger die milch brauchen wir noch was soll da kommen wir fressen die wurst können wir uns erstmal ordentlich wirst für die gesundheit weil ich an das muss einmal und dann haben wir den nächsten doch kaputt aber der war jetzt doch ein bisschen einfacher als der andere so jetzt haben wir gleich keine wurst mehr aber da ist das lager das stimmt wir können hier noch mal bei innen statu beten 100 noch mal eine stärke bekommen heißen wie oft können wir das machen müssen wir wirklich mal jeden tag bei innen beten gehen hier sind irgendwo leute versteckt so klar okay da sind wölfe die können wir noch mal holen sind auch noch mal paar punkte einer gewissen reichen einer wird man reichen was sind dahinter dahinter war doch da hinten wegen diesen toll ich beide hin wir haben ja gespeichert jetzt ich denke wir sind dafür noch etwas noch zu was aber okay mit der waffe sind wir schon mal ein bisschen besser gerüstet gucken wir mal was wir hier so noch finden vielleicht einmal würde im fall dass wir von irgendwas großem überrannt werden mal gucken was wir hier finden feuerwurzel nice hat sich gelohnt hierher zu kommen die gefährlichen schafe sehe ich hier schon mal ach wir sind hier oben was haben wir hier blaufglieder noch mal blaufglieder genau und hier waren die jungen wölfe die jungen wölfe hatten dem einen jahr die schafe gerissen so mal gucken was wir hier sonst noch finden an gegner ach ja ich bin doch ihr licht aber die da können wir kaputt hauen das wird funktioniert auch heil pflanze es ist noch eine irgendwo nee so dann haben wir jetzt ja auch nicht mehr viel da fehlt mir viel wirklich ja du du kommst her so so yo ah nice geil so laufglieder komm so dann hier nochmal lebensenergie das müsste reichen dann können wir den da fertig machen jo komm älter okay das hat jetzt ein bisschen gedauert mit dem aber dann können wir jetzt court gehen und zwei händer noch mal üben oder bei dem konnten wir noch mal stärke noch mal üben hier macht jetzt mehr sind auf stärke zu gehen oder schon zwei händer ein bisschen mehr ich glaube zwei händer macht jetzt mal ein bisschen sinn bringen wir bei wie man kämpft bring mir bei wie man kämpft ich könnte ich an jeder waffe ausbilden womit wollen wir anfangen ja nochmal zwei händer bitte jetzt kostet zehn lernpunkte für acht du bist schon besser geworden weiter so okay wie sieht das jetzt hier aus 30 prozent kämpfer sind wir schon nice mit zwei händer ich würde sagen wir gehen aber irgendwo wir können mit tecla quatschen vielleicht kriegen wir da was zu fordern ich habe hunger ich habe hunger ich verteile kein essen an landstreicher hier gibt es nur was für leute die arbeiten und für das söldnerpack natürlich das riecht aber lecker hier oh ja ich kenne typen wie dich die rennen hier zuhauf rum wollen sich erst einschmeicheln und wenn man sie mal braucht sind sie nirgendwo zu sehen okay die hat nichts für uns so dann muss ich hier söldner werden ne gibt's hier ein bett eben einmal kurz pennen und dann gegen den einen jüter unten kämpfen man darf halt nicht alles glauben was man hört muss ich vielleicht erstmal da reingehen doch noch gekriegt so kalid so pennen wir hier einmal so bis zum nächsten morgen dann müssen wir jetzt noch raul besiegen ich hoffe wir können das jetzt dass wir dazu jetzt in der lage sind wo hast du das denn schon wieder her rot weiß gar nicht mehr so da ist raul bevor wir gegen den kämpfen einmal nochmal ein save game müssen wir es jetzt vielleicht schaffen ah nee erst mal was willst du schon wieder ich will die aus dem augen hauen ja ich weiß gar nicht mehr wie man noch glauben kann ich glaube was das ist ich bin man darf halt nicht alles glauben was man hört was jetzt mach ihn fertig werd ich werd ich mach ihn fertig mach ihn fertig mach ihn fertig okay der ist mach ihn fertig komm werd ich komm mach ihn fertig 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 aber 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 wir haben schon drauf boah herzrasen bisschen was so ich glaube ich was das ist genau ich bin sicher komm 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 okay okay Okay, warte, wir haben es gleich drauf. Oh nein, warte. Okay, das ist ganz heftig mit dem, also das müssen wir ein bisschen raffinierter machen. So, äh, ne, hier. Warte, wir haben ihn natürlich doch nachgekriegt. Wenn er das nicht soll. Nein. Mein Gott. Komm. Schlaf doch zurück! Nein? Komm, das haben wir gleich. Yo. Warte, dann können wir ihn jetzt looten. So, komm, komm, komm. Dann hat er jetzt nichts mehr. Schnell, äh, hier. Ein bisschen futtern. Dann haben wir den schon mal besiegt. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Darüber reden wir noch. Ja, ja. Warte mal. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Äh, ich will mich auf dem Hof umsehen. Okay. Will mich Lee anschließen. Hast du was gegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Glaube ich, haut ihr an. Ja, komm. Ich will mich Lee anschließen. Lee hat hier bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt recht. Okay, aber wir haben es geschafft, den zu besiegen. Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafe hüten tauchst. Hm, okay. Hast du was dagegen, wenn ich hier als Söldner anfange? Ach, mach doch, was du willst. Mh, so, okay. Den haben wir auf jeden Fall besiegt. Wo hast du das denn schon wieder her? Gehen wir jetzt aber erstmal... Wo war nochmal der Herd? Der Herd hier? Ich muss eben ein paar Sachen hier nochmal kochen. Ah, die benutzt es. Toll. Kann ich jetzt nicht nutzen. Aber wir können den einen Jude da unten mal verprügeln gehen dann. Haben wir hier noch was eben zum Fressen? Das hier. Einen Topf können wir auch nochmal machen. So, und hier. Da muss man mal ganz kräftig dazwischen hauen. So, warte mal. Bevor wir da runter gehen, wir müssen einmal kurz sagen gleich speichern. Dann können wir dem Jude da auch mal volles Hund aus dem Maul hauen. So, wo ist denn der? Da. Da. Da unterm Baum. So, dann einmal hier speichern und... So. Dem wollen wir jetzt aus dem Maul geben. Na, wo wollen wir denn hin? Bist du hier der Oberaufseher? Ich gebe dir gleich ein paar hinter die Ohren, du Bengel. Wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst, kostet dich das 5 Goldmünzen, wenn du keine Prügel kassieren willst. Hm, genau. Äh, vergiss es. Von mir kriegst du gar nichts. Vergiss es. Von mir kriegst du gar nichts. Dann muss ich dir jetzt leider den Arsch versohlen. Ja, komm her. Kannst es ja mal versuchen. Kannst es ja mal versuchen. Na dann. Alter. Der mit seiner Axt. Komm. Ah, nein. Aber den können wir auch noch hinkriegen. Den können wir auch noch hinkriegen. Dem aufs Maul zu hauen. Ist ein bisschen schwieriger. Mit seiner Axt. Der haut da ordentlich. Na, wo bist du? Ich geh. Wenn du auf. So. Dann. Konntest. Na. Alter. Ein Schlag von dem war schon richtig heftig. Den will ich jetzt aber fertig haben. Den muss ich jetzt erledigen. mit dem. Also. Gefällt mir gar nicht mit dem. So. Da. Konntest. Na. Komm. Alter. Okay. Mit dem versuchen wir es vielleicht ein andermal. Der ist doch noch ein bisschen stärker. Beziehungsweise wir sind nicht gut gerüstet. Nicht gut genug. So. Aber wir können mal mit Jarvis quatschen. wissen. Wie viel uns noch fehlt. Von den Leuten. Wir haben jetzt zwei verprügelt. Drei werden reichen. Sein Tänzer den. Den mag ich an sie. Eigentlich bin ich mir nicht sicher ob ich den mag oder nicht. Aber er hat seine Stimme uns gegeben. So. Jarvis. Wie viele von Silvius Männern stehen noch auf meiner Liste. Fest hat versucht mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Gut. Weiter so. Ich erwarte, dass du es mindestens drei von ihnen ordentlich zeigst. Hm. Okay. Dann schauen wir mal. Äh. Aufs Maul. Bulko muss ich auf jeden Fall. Ähm. Aufnahme bei den Söldnern. Mit freundlichen Grüßen hier. Äh. Silvius Jungs. Damit ich seine Stimme kriege. Dazu muss ich mich mal an die Duellregeln halten. Für wir haben wir Silvio. Seine rechte Hand Bulko. Rod. Sentenza. Fester und Raul. Rod muss ihn dann noch machen. Der ist ja auch noch hier irgendwo unterwegs. Da haben wir Rod. Gott. Ich erzähl dir doch nichts Neues. So. Dem muss ich jetzt auch noch aufs Maul hauen. Hey du. Alles klar. Äh. Der kann mir äh. Wo hast du das denn schon getan? Mh. Alles klar? Was willst du Wurst denn von mir? Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ich hab so einiges Gefühl. Ich werde dir wohl mal manieren beibringen müssen, oder? Versuch's doch mal. Ja komm. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Alter. 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 Okay. Der ist ein bisschen schwieriger. Der ist noch ein bisschen schwieriger. Vorsicht. Das hat er verdient. Okay. Nochmal. Den kriegen wir hin. Den schaffen wir wohl. So schwer kann der auch nicht sein, ne? Hey du. Ich werde dir wohl mal manieren beibringen müssen, oder? Versuch's doch mal. Weg mit der Waffe. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Alter. Wieso hat er jetzt nicht reagiert? Vorsicht. Der reagiert gar nicht. Der reagiert gar nicht. Vorsicht. Ja komm. Der reagiert gar nicht. Vorsicht. Okay. Das müssen wir noch schaffen. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Hey. Ich erzähl dir doch nichts neues. Hey. So. Ich werde. Nochmal. Mal. Malta. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Wer wird's ja wohl schaffen. Das hat er verdient. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass das so schwer ist. Und dass der auch so schwer reagiert. Manchmal. Ich werde dir wohl mal versuch's. Ähm. Meine Meinung. Mein Gott. Mein Gott. Das hat er verdient. Alter, nee. Den will ich jetzt fertig haben hier. Okay. Ich erzähl dir doch nichts neues. Ich erzähl dir doch nichts neues. So. Ich. Der. Sch. Mein Gott. Jetzt geht's so. Ein Kampf. Den wirst du ja wohl schaffen. Bleib doch zurück. Oh mein Gott. Mein Kampf. Das hat er verdient. Okay. Der macht manchmal Doppelspflege. Dann heißt das, ich muss manchmal doppelt Verteidigung machen. Hey du. Nichts Neues. Zweimal hintereinander verteidigen. Ich werde dir. Versuch's. Ich werde dir. Ich werde dir. Ich werde dir. Ich werde dir. Komm. Komm. Lass dir nichts gefallen. Komm. So. Das hat er verdient. Okay. Okay. Manchmal. Ich raffe es nicht wie die mit Zweikampf manchmal funktioniert. die anderen zwei. Zwei Schwerter. Zwei Schwerter. Boah. Ich werde dir. Versuch's doch. So. Die. Alter. Wer dich. Wer dich. Wer dich. Nein. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Mein Gott. Okay. Gleich haben wir den. Echt schlecht. Gebt mir das auf den Sack mit dem jetzt gerade. mit dem. Zwei. 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 Äh. Nein. Erstmal einstecken. So. Nochmal. Ich werde sie versuchen. Die. Alter. Den. 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 Schlecht. Dem hast du es gezeigt. Okay. Warte. Das. Das will ich noch hinkriegen. Ist mir jetzt auch egal, wenn es jetzt paar Minuten länger dauert. Die Folge. Aber den will ich jetzt hinkriegen. komm ja gleich haben wir den nein wir hatten den gleich fast wir hatten den fast ich jetzt hey du ich mein gott ein kampf gezeigt so ok ein volles fund aufs maul kriegen wir hauptsächlich aber alter jetzt habe ich keinen bock mehr warum sind wir so schlecht im zweihand wirklich so komm alter ja komm so okay das war ein scherp alter alter wieso bilder nicht immer verteidigen warum macht wenn ich jetzt auf beteiligung ist ja steuerung und dann ist ich erzähle dir doch oft nicht warum macht das nicht mein gott ich hab keine waffe verdient alter kämpfen das leucht hier nicht warum ich erzähl weg mit der waffe weg mit der waffe geht doch so 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 was so 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 gut da will mich doch verarschen hier du musst es geht um ich erzähl dir doch nichts neues habe ich irgendwas kann ich den eine geschicklichkeit fehlt mir dann kann ich auch nicht kann mir irgendjemand vielleicht eine andere waffe anbieten drehen hodges grobes schwert rostig gewährt womit können und wir nehmen erst mal das versuchen wir erst mal damit acht stärkepunkte zu wenig was 850 brauche ich dafür ach nein du bist der falsche hodges hier das kann es auch behalten ja wie sagen um den um rot kümmern wir uns ab der nächsten folge mal drum sehen wir zu dass wir noch mal stärker werden vielen dank dass ihr wieder mit dabei war ich bin es euer max deus und ciao und 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 und